Yes, Alter! Damit besiegen wir. Herzlich willkommen bei Showdown. So, Leute, herzlich willkommen zu einem neuen Video, zu einem neuen Format auf meinem Account. Ich bin sehr stolz darauf, dass es jetzt geklappt hat. Ich habe hier sehr, sehr geile Fußballer hinter mir. Mein Format nennt sich Showdown. Eins gegen eins. Der letzte, der Gewinner, kriegt ein Preisgeld oder einen Gewinn. Und meine Intention dahinter ist es, auch Jungs irgendwie eine Plattform zu geben, die in unteren Ligen spielen. Es werden Scouts vorbeikommen. Sie versuchen, jemanden irgendwie weiter zu vermitteln. Und ja, ich bin gespannt, was die Jungs drauf haben. Und ich hoffe... Der ein oder andere Edeltechniker ist zu 100 Prozent dabei. Wenn es auch nur einer oder zwei schaffen, irgendwie durch dieses Format weiterzukommen, ich die Jungs irgendwie weiterhelfen kann, dann bin ich sehr, sehr stolz darauf. Sehr glücklich, weil ich weiß, was Fußball ergeben kann. Und ich würde sagen, ich erkläre euch das Format. Ich erkläre euch das Turnier. Und dann geht's, let's go. Auf jeden Fall. So Leute, bevor das Video aber beginnt, ganz kurz separat die Regeln, damit auch jeder versteht, worum es hier geht. Wir haben hier gerade ein Dreckswetter, aber das passt zu Showdown. 1v1, 1 gegen 1. Hier ist Feuer drin. Die Regeln sind, der Angreifer steht hier, spielt den Verteidiger an, man kriegt den Ball zurück. Du gehst vorbei, 1 gegen 1, schießt ein Tor, ein Punkt. Wie kannst du als Verteidiger einen Punkt bekommen? Nach jedem Angriff wird geswitcht. Das heißt, ich bin als Verteidiger. Gleiches Spiel wie vorher. Angreifer gibt mir den Ball, ich spiele den Ball zurück, er kommt, geht 1 gegen 1, ich erober den Ball, spiele den Ball raus oder blocke den Ball, ein Punkt für den Verteidiger. Wenn du als Angreifer vorbeikommst, du gewinnst das 1 gegen 1, mit einem Trick, gehst vorbei, triffst nicht das Tor oder der Torwart hält, gibt es keinen Punkt, aber es gibt einen Switch. Das waren die Regeln, ganz simpel. Und jetzt viel Spaß mit dem Video. So, ich würde sagen, wir fangen an mit dem 1. Duell. Ich bin sehr gespannt, was die Jungs hier drauf haben. Jetzt fucking go! Zeig mal, ja. Gute Bewegung! Stark, macht er gut, macht er gut. Das ist mein Mann, Alter! Uff, das Duell sieht stark aus. Ja, 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 stark, macht er gut. Abschluss! Geht vorbei, macht ihn stark, hat er stark gemacht. Wirklich. Ja, uffui! Da packt er den Dino raus. Schwer, schwer. Abschluss! Oh! Digga, das war genau zwischen Pfosten Latte. Ja, ja! Schuss! Mach ihn! Bravo! Zu bessern! Noch nicht? Ja, ja, läuft, läuft! Ja, Beine gut, Beine gut, Beine gut, Beine gut! Läuft, läuft, läuft! Oh, stark! Bravo! Geil, machs, Digga! So, Leute, zum Verständnis. Das ist die Showdown Berlin Edition. 15 bis 18 Jahre alt. Wir werden dieses Format in ganz Deutschland aufziehen. Das heißt, jeder wird die Chance bekommen, bei diesem Format mitzumachen. Auch Ältere. Ich glaube, wir haben jetzt mit den Jüngeren angefangen. Ich bin gespannt, was die Jungs drauf haben. Gibt es noch irgendwas sonst? Jeder kann sich beweisen. Egal ob Bezirks, Bundes, scheißegal was. Jeder kann zeigen, was er drauf hat. Geil! Schwester, Alter! Vergesst eine Sache nicht. Ja, ich will den einen oder anderen hoffentlich irgendwo unterbringen. Und es werden Leute zugucken kommen, die sich dann auch die Jungs angucken. Aber es geht trotzdem hier um 500 Euro für den Gewinner. 15 bis 18 Jahre alt. Ich glaube, ist schon auch nicht schlecht. Kann seine Freundin einladen. Einfach mal so, hier, stimmt. Ja! 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 Er macht ihn! Er macht ihn! Er macht ihn! Er macht ihn! Bilal ist wieder mittendrin. Ja! Ja! Oh! Mach ihn! Oh! Scheiße! Scheiße, Junge! Ich frage, ob er ihn jetzt auffrisst, Digga. Ich sage dir aus dem... Oh! Oh! Aber warum schießt du nicht? Mach ihn! Ja! 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 Ja, ja, ja! Ach ich... So einfach steht das! Ich sage. So einfach Junge. Du wirst es! Jungs, das kann manchmal auch reichen. Ja! 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 Ja, ja, ja! Ja, ja, ja! Ja! Ja, ja, ja! Ja, ja, ja! Alles gut! Er hat auf mich gehört! Tempo auf den Vorbeigehen! Abschluss, Tor! 1-1! Ja! Ja! Oh! Also, das war schon ein Ankle-Breaker, würde ich sagen! Boah! Läuft, läuft! Oh! Alter, was ein Winkel! Wie hat der den von Bahrain gemacht, Digga? Oh! Oh! Ja! Scheiße! Scheiße! Das ist alles, was ich sehen wollte! Alles! Ja, er ist doch... Oh! Oh! 15 Jahre. Auf den Schirm haben! Bravo! Ui! Alter, er kann mit links und rechts! Ui! Alter! Ui! Guter Junge! Den müssen wir wirklich auf den Schirm haben! Ja! Aber gut angenommen! Lauf, läuft! Weiter geht's! Ui! Übersteiger, warte! Ui! Oh mein Gott, Digga! Oh! Oh! Bravo! Hab ich doch gesagt, das ist diese Hose hier! Verstehst du, was ich meine? Genau das! So Leute, letztes Qualifikationsspiel in der ersten Runde. Von 32 Spielern bleiben 16 übrig. Letztes Spiel jetzt bis jetzt? Was sagst du? Es waren auf jeden Fall Edeltechniker dabei. Auch geile Aktionen, auch geile Aluminium-Treffer. Schon mal gespannt. Letztes Duell und dann geht's weiter. Oh! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Was war das für eine Bewegung? Elastico andersrum! Und der ging auch hoch! Und ja! Und ja! Oh! 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 Oh mein Gott! Oh mein Gott, du! Oh mein Gott, Alter! Oh mein Gott, Alter! Habt ihr das gesehen? So Leute, letzten 16 Spieler. Und ich würde sagen, wir stellen mal die Jungs jetzt vor. Wen haben wir jetzt einmal? Ich bin der Mohamed Ibrahimi. Ich bin 17 Jahre alt und ich spiele bei Hertha 93. Hertha 93, okay. Ja, ich bin Timo Vazquez und ich bin 16 Jahre alt. Ja, ich bin Maxi Mettreit. Ich bin 18 Jahre alt und spiele bei EBSG-Tremantwissenweide. Ja, ich bin Paul Ludwig. Ich bin 15 Jahre alt und spiele beim Grünauer WC. Ja! Ja! Ich bin Gery Kuzet. Ich bin 16 Jahre alt und spiele beim FC Concordia Basel. Ja! Hallo, ich bin Mathis Schulz. Ich bin 16 Jahre alt und ich spiele beim Grünauer WC. Ja! Ja! Ja, ich bin Benjamin Wigner. Ich bin auch 16 und spiele auch beim GFC. Ja! 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 Ich bin Ibrahim, ich bin 14 Jahre alt und ich habe bei RB gespielt. Ja! 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 So, ich würd sagen, wir gehen jetzt in die entscheidenden Duelle. Let's fucking go! Okay, ich würd sagen, bis drei. Salz und Pfeffer. Und ihr könnt, ihr könnt, ab jetzt könnt ihr anfangen. Gut verteidigt, gut verteidigt, gut verteidigt. Sag ich dir, geh nicht rein, du gehst immer mit rein. Noch nicht, jetzt, jetzt. Oh ja, oh ja, oh ja, oh ja. Oh ja, oh ja! Jetzt! Läuft! Aus, aus, 2-0, weiter, 2-0! Oh! Läuft, läuft, läuft! Ich hab beinahe einen Enkelbreaker gesehen! Oh, oh, Zweikampf sehr stark. Ist ein Punkt, beide stark, beide stark. 14 Jahre alt. Ich hab beinahe gesehen, dass du ihm einen Enkel gegeben hast, beinahe. Oh, reicht, 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 reicht! Kann reichen. Du kannst? Ja. Komm mal, Lorenzo. Gut, der Bewegold! Bruder! Dicker! Habi, du hast dir die 500 Euro nicht verdient. Ey, es geht nur 500 Euro, vergiss das nicht! Oh, 1-1, 1-1, 1-1, 1-1! Nimm den Ball hinten an! Mach dir eiskalt! Dauer, Uno! Oh, gute Bewegung! Bilo, was machst du, wenn er gewinnt? Was machst du? Was machst du? Ja! Oh, nein, ist es noch drinne, ist es noch drinne? Ja! Oh, mein Gott! Beide, beide stark! Hat er gewonnen? Der kommt hier wieder! Hat er gewonnen? Stark, Jungs, Fairplay, beide stark! Das ist Straße! Okay, ihr könnt! Oh, beide! Ja, ja! Oh! Oh, eins verteidigt! 1-0! Oh! 1-1, 1-1, 1-1! Oh, so knapp gewesen! Alter Schwede war das knapp gewesen! Es war Panne, aber nicht so, wie er es wollte. 100 Prozent! Nein! Für mich ist es in Ordnung! Ich entscheide das hier! Warten, warten, jetzt! Oh, nee! Nein! Punkt, Punkt! 2-2! Das Ziehen war ein bisschen zu viel! Läuft noch, läuft noch, läuft noch! Beide gut, beide gut! Beide gut, beide gut! Ei! Ey, macht mal einmal! Ey, macht mal einmal, Leon, Jungs, ey! Ey, Männers! Tut mir mal noch mal einen einzigen Gefallen! Er ist extra aus Hannover hierher gekommen! Das ist dein Applaus! Wuh, 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 wuh! Weiter hoch! Uuuuuh! Eiskalt versenkt! Zäh, 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 zäh! Nein, zäh! Oh, jetzt hoch! Okay, okay, okay! 3-1! 3-1! Beide starten! Er hat seinen Tunnel gerettet! 3-0! Ich küsse! Ihr könnt! Worin gehst du, Bilal? Ich küsse deine Augen! Ja, ja! Gut verteidigt! Ui! Verteidig, 3-1! Beide gut, beide gut! 1-1! Warte mal, wer war das noch mal? 3-1! 2-1! 2-1! Beide kommen über die Verteidigung! Verteidiger könnten hier auch punkten, indem sie einfach verteidigen und so das Spiel gewinnen. Läuft, 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 läuft! Oh, mein Gott, Alter! Das wäre ein Gamebreaker! Ja. Gute Bälle! Gute Bewegung! Oh! Nein, nein, nein! Vorbei, vorbei, vorbei! 3-1! Beide starten! Läuft, 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 läuft! Läuft, läuft, läuft! Oh, okay, 1-2! Okay, 1-3! Okay, 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 okay! Ja, ja! Oh, stark! Sehr stark, aber stark verteidigt! Gut, Heidel! Jetzt Katzen! Wir haben noch zwei Matches und dann gehen wir ins Halbfinale! Nee, bitte! Der VOR, Ordo, Sacchi! Ordo, Ordo, Ordo! Der ist gerade hierher gejoggt und war vorher schon schwimmt! Ich sage euch ehrlich, Sport meines Jahres! Okay, Luft! Zählt der Punkt, 1-0! Gut, 1-1, 1-1! So, 1-1, ne? Warten noch, jetzt! Weiter, weiter, weiter! Zählt! Zählt, Bruder! Ja, Baxi haben wir uns auch sehr gezogen, muss man ehrlich sagen, ehrlich! Läuft, 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 läuft! Beide gut, beide gut! Jetzt langsam wird's physisch! Mag ich aber! Ich bin mega festschnitten, mehr physisch! Beide sehr stark, stark gut! Geile Bewegung, geile Bewegung, geil eingeschoben, geil! Die von dieser Mannschaft! Gute Bälle, gute Bälle! Ja, ja, ja! Oh mein Gott, Decker! Geile Antwort! Waller sehr, sehr stark! Links, rechts, Abbas und Schauwei! 2-0! 2-0! 2-0! Wenn er das dreht, wow! Oh ja, oh ja! Oh, oh, oh! Schieß doch, Bruder, du warst so beigeneinig, Bruder! Wow! Oh! Das will ich sehen, Junge! Wow, gute Bälle, Jungs! Läuft, 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 läuft! Alle aus, alle aus! Ja, besser! Waller, richtig guter Call! Schieß doch und aus, Bruder, dann hättest du keinen Punkt bekommen. Sehr, du bist weiter. Sehr, sehr stark. Hab ich mich getroffen? Viertelfinale, gebt uns zwei Minuten! Leute, Viertelfinale, ne? Ja! Bravo! Ähm, Benjamin gegen Mohamed! Geiles Duell! Also, auf jeden Fall, von meiner Seite aus, zwei Verbotten! Äh, ihr könnt! Gut! Läuft, läuft, läuft! Weiter, weiter! Oh! Kein Punkt, switch, kein Punkt, switch! Oh, sehr gut verteilt! 1-0! Geiler Linker, geiler Linker! Oh! 1-1, 1-1, 1-1, alles fair! 1-1! Oh, Dinger! 2-1! Warten, jetzt! Oh ja, oh ja, oh ja! 2-2, 2-2, 2-2, geiles Duell, 2-2, Match-Fucking-Point! Wow! Warten, jetzt, Katsu! Oh ja, siehst du? Ja, reicht! Beide stark, beide stark! Müsst du noch, Bruder! Warten, jetzt, Katsu, jetzt, Katsu! Schlechte Annahme! Gut verteidigt, gut verteidigt, gut verteidigt! 1-1, okay? Warten, warten, jetzt! 1-1, 1-1, 1-1! Jetzt verspringen die Bälle! Oh, oh! Abschluss! Immer noch 1-1, bevor der Regen wiederkommen! Warten, warten, warten! Gute Bewegung! Gute Bewegung, schade! Warten, warten, jetzt! Oh, oh, oh! Da muss man auch die Bälle reinmachen! Leine Chance gewesen, mein Bruder! Das wäre 2-1! So langsam wird's hier ernst! Oh! Tempo, Tempo, Schuss! Oh! Torwart gut gehalten! Bravo! Direkt weiter! Oh, er gibt ihm kein... Oh! 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 Also, ich... Nein! Ganz normal! Oh, was! Punkt! Warten! Jetzt! Zählt, ganz normal! 2-2, Match-Point! 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 Aber jetzt müssen wir aufpassen, dass es auch nicht zum Foul kommt. Warten! Jetzt! Verteidige! 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 Ja! Wow! Oh, Bruder! Das ist hart, das ist hart! Super Antritt! Super Antritt! Super Antritt! Super Antritt! Erst Meter stark! 1-0, aber auch nichts vorbei! Direkt weiter! Sehr gut! Oh! Leif, leif, leif! Weiter! 2-1! Oh! Der war drin! Der war drin! Wow! Wow, wow, wow. Guten Abschluss gesucht, wirklich. 2-1, 1. Warten, 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 jetzt kannst du. 2-1, gut verteidigt. Beide stark, beide stark, Jungs. Das kann das Ende sein für eins der Greifswalder Spieler. Oh, Alter, Alter! Wau, wow, wow, wow. Wir gehen direkt weiter, letztes Viertelfinalspiel und dann geht's ins Halbfinale. Let's go, ihr könnt. Oh! Digga, sehr, sehr stark gehalten. Ey, macht mal jemand Lärme von dem Goalkeeper. Sehr stark gehalten. Lorenzo, warte. Okay. Oh, ja. Oh, Alter. Gut verteidigt. Gut verteidigt. 1-0. 1-0. 1-0. Ja, das wollt ihr Sinn, Alter! Das wollt ihr sehen! Das wollt ihr sehen! Das wollt ihr sehen! Weiter! Das ist noch nicht zu Ende! Das wollt ihr sehen, Alter! 1-1, ne? Beide stark, Jungs! Beide stark! Ja! 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 Ich zähle schon mit! Ich sage selber 2-1! Läuft! 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 Ja, ist weiter! 3-1! Hört auf mich hier zu verwöhnen! Ich verwirr mich! So! Erstes Halbfinale! Jetzt geht es um die Wurst langsam und du merkst, siehst doch, wie es Feuer drin ist! Amigo! Davor einen brutalen Moment gehabt! Was sagst du jetzt vor dem Halbfinale? Ich sage, bis jetzt, der letzte war sehr stark auf jeden Fall! Er wird auch nicht einfach aus der Schweiz gekommen und alles reinschwitzen! Aber ich freue das jetzt! Wurde sagst du, bist du motiviert? Ja, ich muss! Okay, stark! Geh mal rüber! Hey! Ohne Sprache! Guck mal! Ich will nicht schätzen! Aber er meinte, so wie 5-Gänge-Menü! Das hör dich auf! Sagst du ja wie Bilo! Ich lass nur Tafeln sprechen! Wallah! Statement! Mehr hab ich nicht zu sagen! Ja! Ihr könnt! Nein, es ist okay! Läuft! Läuft! Okay, okay, okay! Warten! Jetzt kannst du! Gute Bewegung! Kein Punkt, aber super verteidigt! Ich mag diese... Ich mag das! Oh! Was ist das? Ja! Oh! Oh! Ja, 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 ja! Oh! 1 zu 0! Annehmen lassen! Jetzt! Oh! Weiter, weiter, weiter! Warte! Diese Zwinker war persönlich... Oh ja! Oh ja! Oh ja! Arztus Treffer! 2 zu 0! Das gefährlichste Ergebnis! 2 zu 1! Warten! Warten! Okay, läuft! Oh! Das will Bilal sehen! Ja, ja! Das will Bilal sehen! Wir haben den ersten Finalisten! Beide sehr, sehr stark mit Tempo vorbei! Stark, Bruder! Hast du stark gemacht! Aber du auch sehr, sehr stark gemacht! Sehr, sehr stark, wirklich! Extra! Unser erster Finalist sogar aus der Schweiz gekommen! Basel! Aus der Schweiz! Nutz sein Tempo aus! Geht vorbei! Leg ihn rein! Da ist Matthes! Warten! Warten! Okay! Leut! Leut! Das ist kein Punkt! Ja, das ist der Punkt! Leut! 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 Oh! Ja! Zehnt auch als Punkt! Sehr stark verteidigt! Stark, Matthes! 1-1! Ego Uno! Verteidigt! Er wollte nicht schießen! Verteidigt! Punkt! Er hat ganz klar... Okay! 2-1 für Mohamed! Warten! Warte, Matthes! Jetzt! Oh! 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 Oh mein Gott! Oh mein Gott! Enkelbreaker! Dann nochmal antäuschen! Okay, okay! Läuft schon! Läuft schon! Läuft! Oh! Oh! Oh ja! Was jetzt? Wie viel steht? Ey, Jungs, sehr, sehr stark! Wir haben einen... Erstmal zu Matthes! Erstmal zu Matthes! Erstmal zu Matthes! Matthes! Sehr starke Leistung! Sag was, Bruder! Platt! Ja, ist auch, glaube ich, sehr, sehr anstrengend für die Beine. 1-Ging-1 ist das Schwierigste und das Anstrengste. Aber wir haben beide sehr, sehr stark gemacht. Jetzt haben wir aber das Finale! So, Leute! Wir kommen zum Finale! Und der Gewinner von den beiden kriegt 500 Euro Cash von meiner Hand im WM. Also, Finale steht! Und ja, ich würde sagen, es geht nicht bis 3, es geht bis 5. Wie war das Turnier bisher für dich? Was nimmst du dir im Finale vor? Und ja, erzähl mal! Durch das Finale bist du jetzt wirklich sehr, sehr geil für das Turnier allgemein. Im Finale geschafft man das! Stark! Du kannst sehr stolz sein, dass du überhaupt dabei gekommen bist. Extra aus der Schweiz angereist, der Mann! Respekt dafür! Momo! Du stehst nicht im Sonsten im Finale! Wer hat dich trainiert? Party! Feiner Match! Ich würd dir getraut! Ja! Müsst du hier parteiisch gerade? Ja, ich auch. Ja, merkst du auch, ne? Ich würd sagen, nette Showbeginn! Macht mal! Einmal! Applaudiert mal! Einmal für die Finalisten! Weil das haben sie wirklich stark gemacht! Wahnsinn! Ja! Geht's wieder aufs Tempo? Okay, okay, okay! Switch, switch, switch! Der wird heute lange einstecken müssen. Punkt! Punkt! 1-0! Punkt für Basel! Läuft! 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 Ja! Läuft! Zählt! 1-0! Zählt! Äh, 2-0! Zählt! Warten! Jetzt! Oh! 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 Ich schwör auf alles! Weiter! Weiter! Ist doch noch nicht vorbei! Läuft doch mal ruhig! Warten! Ja! Weg! Schuss in den Ofen, Cousin! Verkühlst du titzig! Uh! 3-0! Ey! Es geht bestimmt! Es geht bestimmt! Es kann ein Comeback des Jahres sein! Oh ja! Verteidicht 4-0! 100 Prozent! Oh! Okay! 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 4-1! Letzter Punkt! Muss ein Tor sein! Ja! Kein Punkt! Du musst ein Tor machen! Warte! 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 Oh! Oh! Oh mein Gott, dicker! Oh mein Gott! Kein Punkt, kein Punkt. Wie gesagt, letzte muss Tor. Warte, warte, Momo. Okay. Okay, okay, okay. 4-2. 4-2. Wenn ihr jetzt ein Tor macht, dann wird kritisch schwierig. Warte, okay. Oh, ei, ei, ei. Ihr werdet alle Geschosse ausgefahren. Ja, mach ihn! Ja! Kommt mal alle her, hast du gesagt, aber zweiter Platz, Momo. Honig, oder? Ja! Bravo! Aber der Sieger von diesem Turnier. Ja! Ja! Hast du die verdient, Bruder. Einmal, einmal Lärm! Einmal, einmal Lärm für den Gewinner von Kunir. 200. 300. So, Leute. Erstmal vielen, vielen Dank an alle, die da waren. Egal ob Zuschauer, egal ob die, die mitgemacht haben. Danke für alles, Jungs. Das war der erste Part von meinem Format, vom neuen Format. Wir werden es in anderen Altersgruppen auch noch machen. Älter, in andere Städte. Es hat sehr, sehr, sehr viel Spaß gemacht. Und ich würde sagen, lasst Liebe da. Lasst einen Kommentar da. Folgt gerne rein für mehr. Und danke für alles. Bis zum nächsten Mal, Leute. Ja!